Halt, halt, halt! Erstmal ein bisschen Eigenwerbung, denn ihr könnt auch auf meinem Kanal jetzt Mitglied werden. Ein Video, wo ich alles dazu erklärt habe, wie viel das kostet, was es für Vorteile für euch bzw. auch Vorteile für mich mit sich bringt, das gibt's rechts oben beim i. Ich würde mich freuen, wenn ich genau dich bald als Mitglied auf meinem Kanal begrüßen kann. Dazu klickst du einfach unter dem Video neben dem Abonnieren-Button oder auf meinem Kanal neben dem Abonnieren-Button auf den Button Mitglied werden. Oder auch in der Videobeschreibung der zweite Link. Dort kannst du die Mitgliedschaft dann abschließen und ich würde mich darüber natürlich mega freuen. Merkt man eigentlich, dass ich ein Praktikum bei der Bank habe? Ich weiß nicht. Jetzt soll es aber auch schon weitergehen mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Es hängt alles jetzt von diesem Scheißspiel ab. Ja, so mein Gefühl. Mike muss gewinnen, denn er hat aus fünf Spielen die Vorlage gekriegt, zwölf Punkte zu holen. Ein Spiel hat er schon gespielt, hat er verloren. Heißt, ich muss vier von vier gewinnen. Zweitens muss er vier Spiele gewinnen, um zwölf Punkte zu holen. Auf geht's. In Gladbach. 5-0 incoming. Nein, Alter. In Bremen regnet es auch. Doch, doch. Gegen... LoL! Ich will den abkaufen. Gegen Frankfurt habe ich verloren, genau. Den wirst du abkaufen. Den müssen wir jetzt wieder wegmachen. Ja, Steil. Ja, ja, Steil ist geil. Ja, ist aber. Du hast auch Dr. Sommer da in dem Tor. Ja, der hat schon ein bisschen gepatzt, diese Saison. Oh, unter Druck gesetzt. Was ist das denn? Ich will ja, dass die Gas geben. Tor zählt. Bei Michael läuft es dann scheinbar auch nicht so geil, Gas. Tor zählt. War kein Handspiel. Zählt. Nee, du bist doch nur 6er. Aufdruck wird 1-0. 1-0. Also wenn Mike entlassen wird, der Nächste bin dann irgendwann mal ich, weil so kann man ja echt hier nicht... Irgendwann mal. Oh, macht doch mal ein Tor, oder? Ey, wie oft hat Jasch denn jetzt schon gehalten? Mindestens dreimal oder so, viermal. Boah, Gladbach ist viel, viel besser als ich. 2-0 Augsburg. Oh, das ist echt scheiße. Ja, Mann, 1-0 Gladbach. Und es ist Selke. Es ist Davy Selke. Was ein Zufall. Ich habe ihn dir ohne Geld gegeben. Nach dem Eckball, Leute, ihr wisst's. Mann. Eckball-König. Halbzeit in Gladbach. Oh, fast zeitgleich sogar. Eine gelbe Karte für Hertha, eine gelbe Karte für Gladbach und... durch Davy Selke nach dem Eckball, das 1-0. 11-5 Schüsse, 7-1 aufs Tor. Und es steht hier leider nur 1-0. Ja, wie die mal einwerfen, wieso... Irre. Ja. Abseits mal doch hier. Ach, Mann. Alter, Jan hat gerade das 1-1 geschossen, aber das zählt nicht, war abseits. Aber das hat man schon vorhin gesehen, das war ja voll... Nee, nee, das ist definitiv fehlentscheidend. Der war einmal 8 Meter weiter vorne. Junge, deine werfen mal wie so irre ein. Was ist das? Oh, was? Oh, nein! Komm, Selke, 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 Selke. Mach doch was. Stindl. Und jetzt wieder auf Selke unten. Nein. Nee. Nee, nee. Ich habe als Ziel gewinnt jedes Spiel, sonst feuern wir dich. Komm, jetzt ein schöner Angriff hier. Oh, Gott. Wohin geht der denn? Jetzt noch mal in die Mitte. Hä? Mach ihn doch. Am Zentimeter gefehlt. Und jetzt gibt es den selben guten Angriff von der Hertha. Nur vielleicht... Na? Komm schon, ausgleich. Ja! Wieder dieser Spacken, ey. Ich wollte ihn gerade auswechseln. Warum hast du nicht? 1-1. Hand. Sind sie gleich ängstlich. Der Ball war drin. Also man hätte auch Tor zählen lassen können, aber wahrscheinlich gibt es jetzt gleich... Mann, nach Vorlage von Zakaria. 1-1. 1-1. Und gibt, denke ich, Elfmeter. Noch sehe ich keine Entscheidung. Er könnte auch Tor geben, weil der Ball ist im Tor. Er gibt Elfmeter. Ball war... Ja, Mann! Und er gibt Elfmeter. Und... Davy Selke! Rote Karte. Selassie fliegt vom Platz. Was? 2-1. Was? Bei mir war die ganze Pause. Äh, ich habe gerade ein Tor gemacht. Bei mir kommt... Ja, ich sehe jetzt das Tor. Davy Selke, was ist das für eine Geschichte? Wechselt für 0 Euro zu Gladbach. Auf Raten. Und schießt jetzt 2 Tore. 2-1 für Gladbach. Definitiv fehlen Scheine. Nein, gef... Und... Piss dich doch. Direkte Antwort. Haben wir ein neuer Stürmer auch getroffen. So. Ich habe eine gute Karte kassiert. Und... Ich muss jetzt hier mal was ändern. Nein! Was machst du denn? Was für ein Fehler! Und... Klar, Hertha kommt mit 10 Spielern! Wie viele von dir da vorne waren! Weißt du, Hertha ist in den letzten Minuten plötzlich gut. Und gibt Gas. Weil... Was ist das denn für eine Scheiße? Wir waren eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Und dann... Das stimmt. Und die ganzen Tore sind, wie man sieht hier, zack, zack, zack. Ab der... 75. Äh, 74. Äh, 74. 74. 75. Minute habe ich aufgedreht. Genau da habe ich auf offensiv geschaltet. Kurz vorher. Dann sind die Tore gefallen. Es sah halt wirklich nicht schlecht aus. Aber letztendlich... In den letzten paar Minuten... Ja, Ende. Ende, 2 zu 4. Puh. Wow. Jan hat es geschafft, mehr als ein Tor in einem Spiel zu schießen. 21 Schüsse, 12 aufs Tor. Jan mit 14 Schüssen, 7 aufs Tor. Ich habe fast doppelt so viele. Also ich freue mich gerade gar nicht so richtig über diesen Sieg. Ist natürlich toll. Also ein Sieg für mich mal wieder ist gut. Vor allen Dingen auch 4 Tore. Ist auch gut. Aber... Die Auswirkungen, die dieser Sieg mit sich zieht, sind natürlich auch... Gut. Ich würde sagen, Jan sorgt einfach für sein nachstehendes Personal. Oh, Gladbach ist bei mir weiß. Oh. Mike, raus. Ja. Und wahrscheinlich wird er dafür sorgen, dass... Let's play bei Borussia Mönchengladbach entlassen. Ich muss nämlich auch noch... Wir haben es geschafft, Leute. Ey. Oh. Du hast Kalou 6 bis 8 Wochen verletzt. Ich habe es ja gesagt. Wenn ich jetzt die 2 Spiele verliere, und das ist so gekommen, bin ich raus. Kack. Wieso? Fuck. Du hast doch jetzt einen Verein. Ein Verein, der ist über deinem ehemaligen Verein. Ja, super. Bald nicht mehr. Was soll das denn heißen? So, Leute. Ey. So, Leute. Wir nehmen uns einen neuen Verein. Ja, wir haben das jetzt einfach so gemacht, weil ich sonst wahrscheinlich keinen Arbeitsplatz finde. Habe ich mir den Trainer nochmal erstellt, der genauso aussieht und genauso handhaben wird wie der alte Trainer. Bis auf, dass ich eben jetzt nicht mehr Mike Let's Play heiße und nicht mehr Herr Let's Play, sondern Herr Mike, was deutlich besser ist. Mir wurde jetzt vorgeschlagen, ich kann entweder zu Mainz, Stuttgart, Hannover, Düsseldorf oder Nürnberg oder sowas. Und Mainz klingt am lukrativsten. Der erwartete Tabellenplatz entspricht auch dem, was ich eventuell mit denen erreichen könnte. Deswegen nehme ich Mainz 05. So, Leute. Hier sind wir uns jetzt. Hier. Ich heiße jetzt nicht mehr Let's Play, sondern Mike. Das ist mega cool auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber sogar noch mein Spiel. Also wir können jetzt mal kurz reinkommen. Hier. Ich habe noch mein Spiel gegen Wolfsburg. Hier 15.30 am Samstag. Ich schaue jetzt bei den anderen mal kurz zu. Die spielen nämlich gegeneinander. Also hier Hertha gegen Bremen. Ich spiele noch gegeneinander. Ich spiele jetzt aber auch nochmal gegen Hertha und nochmal gegen Bremen in der Saison. Das wird auch sehr interessant. Also hier doch noch ein Spiel in der heutigen Folge gegen Wolfsburg, was natürlich nicht einfach wird. Und die Bilanz und alles mögliche, die Tabelle, schauen wir uns dann später an. Ich bin im DFB-Pokal. Alter. Leute. Er schiebt sich einfach so wieder rein. Ich bin im DFB-Pokal. Hey. Darf ich auch bitte einmal noch zu Leipzig wechseln? Das wäre realistisch. Die sind auch ein paar Plätze über mir und das ist genau so, hat das Maik auch gemacht. Das ist ja jetzt dumm, Alter. Fuck. Ein Spiel gegen Frank vor dem DFB-Pokal. Das ist nicht mehr so geil. Ja, dann hast du sogar noch eine Chance, es ist halb wieder losgekommen. Ja, ups. So Leute, ich habe mich mal kurz von den anderen gemutet. Ich möchte noch mal kurz ein bisschen darauf eingehen. Wir sind jetzt bei Mainz, okay? Wir werden es wirklich probieren. Ich werde mich ransetzen und hoffen natürlich, dass wir weiter hier stabil vorankommen. Ja. Was soll ich sagen? Hier Werder Bremen jetzt knapp über uns. Tordifferenz ist gleich. Wir haben fünf Siege, sechs Unentschieden, zehn Niederlagen. Gut, das ist ähnlich wie bei Gladbach. Wir müssen gucken, dass wir uns ranhalten. Ich habe jetzt die Taktik gemacht. Ich zeige es euch gleich. Wir spielen halt jetzt gegen Wolfsburg. Dann spielen wir noch mal gegen Schalke, habe ich glaube ich gesehen. Ja, gegen Schalke. Wir sind noch im Viertelfinale im Pokal dabei. Dann spiele ich auch gegen Gladbach. Noch mal gegen Bayern. Noch mal gegen Hertha. Freiburg, Dortmund. Also das sind Megaspiele. Düsseldorf, Hannover, Bremen sind dann so ein bisschen. Naja, Bremen ist zwar auch echt gut, aber das sind dann doch ein bisschen vielleicht einfache Spiele. Wird aber wie gesagt schwer für mich, mich hier durchzuboxen bei den Mainzern. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass wir die Mannschaft noch ein bisschen pushen können. Ich zeige es euch noch mal hier die Taktik. Wir haben leider verletzte Spieler, die mir gar nicht gut tun. Wir haben die Taktik Goal Machine, also eine pressende Taktik. Ähm, die wirklich probiert, ja, Tore zu machen. Ähm, das kann natürlich hinten raus schlecht ausgehen. Ähm, ich habe absolut keine Ahnung, wie die Mannschaft tickt. Ob wir irgendwas an der Abwehr verbessern müssen oder irgendwie hier andere Sachen einstellen müssen. Ich habe das jetzt alles einfach mal, ähm, so gelassen. Das ist meine Startformation. Ähm, wenn ihr noch Tipps habt, weil ich mich mit Mainz kenne ich mich wirklich, sorry Leute, aber ich kenne mich wirklich sehr, sehr schlecht aus. Also, wenn ihr noch Tipps habt, schreibt es gerne rein. Wir haben leider hier Bungert, der wirklich ein guter Verteidiger ist, glaube ich mal, äh, verletzt. Und Latza, Danny Latza, der wäre so wichtig, weil fürs Mittelfeld habe ich keinen Auswechselspieler. Und das sind eigentlich die meisten, die ich immer mal auswechseln muss. Also, Erzunali ist eher der offensive Spieler, ähm, und der passt halt in diese Formation nicht rein. Ähm, Quaisen passt auch eigentlich gar nicht gut rein. Das ist so dunkelgrün hier, aber wenn man das dann reinpackt, dann sieht es auf jeden Fall schlecht aus. Kunde wäre der Einzige. Und dann haben wir noch zwei Verteidiger und einen Solala-Stürmer. Der ist nicht so krass, aber... Es fehlen uns ein paar Spieler. Ein paar sind auch unregistriert. Zum Beispiel ihn hier. Jose Rodriguez oder Eden. Keine Ahnung, wer der Typ ist. Aber die würde ich auf jeden Fall gerne registrieren. Und hier als Ersatz haben. Ich verstehe nur nicht, warum die unregistriert sind. Und ich weiß auch nicht, wie ich das machen kann. Weil, ähm, offensichtlich kann ich hier nichts mehr umstellen. Also, ich kann den nicht anklicken. Naja, ähm, ähm, gut, haben wir halt Pech gehabt. Ähm, mach ich nichts. Ich guck mal, ob ich da nur irgendwas gerissen kriege. Könnt mir, wie gesagt, gerne Tipp schreiben. Und dann hoffe ich, dass wir alles recht gut hinbekommen. So, Leute. Wir sind, ähm, kurz vor unserem ersten Spiel. Ich bin gespannt, wie das läuft. Wahrscheinlich nicht so prickelnd gegen eine starke Wolfsburger Mannschaft. Aber, ich will natürlich mein Bestes geben. Und wir dürfen hier nicht schlecht starten. Ähm, mal gucken, wie die Taktik bei denen klappt. Mal gucken, wie die überhaupt drauf sind. Das ist so das Ding. Also, ich denke nicht, dass ich das hier gewinnen werde. Egal, wie gut sie jetzt schon spielen. Also, ich habe keine Ahnung, ob sie eher offensiv stark, ob sie eher kontern können oder defensiv stark sind oder keine Ahnung. Ähm, alter, du hast viele Männer in der Offensive. Ja, mal gucken. Und alles total zentral, alles. Okay, dann drückt mir die Daumen, dass es irgendwie über die Bühne geht. Und jetzt kommt Wolfsburg 2 in der Mitte frei. Das ist natürlich nicht gut. Wir hätten könnten können und haben uns dann gegen Konter eingefahren. Jetzt kommt tatsächlich ein Highlight. Da unten ist es schon wieder eine große Lücke. Und 2-0. Die treffen auch immer gegen mich. Also, ich weiß, dass ich ja nicht so defensiv stehe, weil ich darauf überhaupt nicht... Ich feiere das überhaupt nicht, defensiv zu stehen. So krass. Aber es geht auch jeder Ball immer rein. Rosinski an die Latte. Halbzeit. 5 zu 7 Schüsse. Leider haben wir 0 aufs Tor. Flanken und hohe Bälle kommen nicht an. Trotzdem geht er irgendwie rein. Eigentor. Hier in dem muss es ja klappen. Das war doch kein Eigentor. Guck dir das mal an. Das war doch kein Eigentor. Der hat mich angeschossen. Aber trotzdem hat meinen ja reingemacht. Mit gelben Karten fangen wir hier gut an. Auf die 100 komme ich mit denen hier nicht. Aber... Wir geben natürlich Gas. Hä? Hab ich gefoult? Er gibt mir rot! Ich hab gefoult! Ich dachte, der Gegner bekommt eine gelbe... Hast du das gerade gesehen? Ne. Was war das denn? Ja gut, haben wir direkt mal eine rote Karte. Das ist auf jeden Fall stark. Was ist das denn? Baku, keine Ahnung wer der ist. Aber er gibt gerade richtig Gas. Und in der Mitte wieder... Matheta mit einer vergebenen Chance. Alter, nur noch Mainz am Drücker gehabt. Und Matheta kommt wieder nicht an den Ball. Jetzt in die Mitte! Ja Mann! Oh! Burkhardt! Wer ist das? 2 zu 2. So ein alter Opa bestimmt. Ah, die Flanke. Die Flanken sind nicht so gut. Und die hohen... Ich sag doch, das wird richtig gut. Das ist... Also, das Spiel kann man auch drehen. Das ist alles drin. Bälle sind nicht so gut. Du bist schon mal in Fouls, bist du besser. Auch mit gelben und roten Karten. Ich hab in Unterzahl gerade ein Tor gemacht. Was ist hier los? Ja, und du hast einen Schuss aufs Tor und trotzdem zwei Tore. Das muss man erst mal bekommen. Ein bisschen Nachspielzeit. Ich hoffe, dass wir keins kassieren. 2 zu 2 wäre definitiv in Ordnung. Und Wolfsburg kommt nochmal. Ist ja logisch. Adler. Ja, Adler ist natürlich ein guter Torwart. In echt zumindest immer mal wieder gezeigt, immer gewesen. Ja, er wird da auch noch gefoult. Hallo! Ja, das soll's gewesen sein, denke ich mal. Hey, in Unterzahl gespielt und nicht verloren. Das, äh... Ja. Ist schon nicht übel, würde ich mal sagen, oder? So, da haben wir direkt den Verletzten nur für ein paar Tage. Aber natürlich ist das nicht gut. Zehn Mann von Mainz 05 erkämpfen sich nach Rückstand. Einen Punkt gegen den VfL. Das ist tatsächlich nicht übel. Dann haben wir hier die rote Karte. Der wurde für ein Spiel gesperrt, was absolut nicht so cool ist. Ja, 5 Spiele in Folge ohne Sieg. Das konnte ich natürlich jetzt nicht rumreißen. Das war schade, wenn wir keine rote Karte bekommen hätten. Wer weiß, ob das dann vielleicht anders gelaufen wäre. Aber, äh... Ja. Gut. Ja, wie gesagt, also gegen Wolfsburg ging Platz 4 oder 5. Je nachdem, was die waren. Aber da bin ich jedenfalls zufrieden, dass wir da einen Unentschieden rausgeholt haben. Und wenn wir das gegen Schalke auch so machen würden und dann gegen vielleicht etwas einfache Gegner gewinnen, dann schaffen wir auf jeden Fall unsere Ziele. Ich bin guter Dinge, dass das hier klappt bei Mainz 05. Und, äh... Ja. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Nächste Folge unbedingt vorbeischauen. Schaltet natürlich auch bei Micha und bei Jan rein, was da so abgegangen ist. Und dann würde ich sagen, lasst die Haltung da, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin und... Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020